Und am Ende unserer Sendung gibt es natürlich wieder noch einen leicht vertaulichen Happen. Unseren ATV-Menü-Tipp mit unserer Fernsehköchin Helga Kobalt. Ein herzliches Hallo meine Lieben! Heute steht der Thermomix nicht ganz im Vordergrund, weil wir doch eine Krebs machen, aber keine normalen Krebs, sondern eine Buchweizenkrebs. Ich wisse, der Thermomix kann Getreide malen, Schokoräum, Nusenräum. Heute nehme ich den Buchweizen her. Das ist ja ganz was Gesundes. Und Mehl, ein Getreide zu Mehl malen macht er ja wirklich perfekt. Und noch einmal zur Erinnerung, wenn ich da eine Küchenrolle rein tue, ist es nicht schon laut. Und das Staubbanne da, das ist nämlich auch ein Vorteil, auch wenn ihr Staubzucker malt. Dann merkt euch das mit einer Küchenrolle funktioniert das gut. Gleich haben wir es und ihr seht, was er aus den Kernern gemacht hat. Da möchte ich euch echt kurz reinschauen lassen. Also wenn ihr zu Hause seid, lasst es ein bisschen ruhen, dann ist es ein bisschen, dann staubst es nicht so und staubst jetzt ein bisschen. Aber schaut einmal, wie super er in Buchweizen zu Mehl gemahlen hat. So, dann kommen die restlichen Zutaten dazu. Ein Ei, das, was sich versteckt hat. Also man kann ruhig ein bisschen antippen. Die Leute sagen, er macht das gar nicht, also ein bisschen kann man ruhig. Man soll jetzt nicht viel draufgläschen, aber ein bisschen kann man schon. Ein bisschen Salz, 200 Gramm Wasser. Ich habe mir so gelassen, wenn man Mineral rein tut, also prickelndes, dann braucht man nicht so lange warten, wenn man quälen. Also man lernt immer wieder dazu. Dann ein bisschen Sahne. Und der Thermomix hat ja schon über 15.000 deutschsprachige Rezepte, also bitte nutzt es auch aus. Nicht immer das gleiche machen. Und das kommt gut ab bei der Familie, glaubt ihr mir das? So, verrühren. Dabei habe ich schon das Highlightgerät angewärmt, damit es gleich warm wird, weil ich habe euch den Teig schon vorbereitet. Da ist er jetzt so und jetzt muss er quälen. Jetzt lassen wir ihn ruhen. Das hat er schon gemacht und jetzt können wir gleich mit unserer Crepe machen. Also nein, ich gebe Pfauen, also schauen wir, was wir daraus machen, meine Lieben. Ich glaube, dass ein Palatinkentag bald wäre besser gekommen, wie ich. So. Gucken wir. Ja, ihr seht, ein neues Gerät ist auch für die Helga-Herausforderung. Wir tun, das mache ich nämlich gleich direkt, das geht nämlich gut, gleich in den Käse rein. Und der Gammembert muss man halt melden. Deswegen, der eine mag, der eine mag nicht, ich mag gerne. Und dann lassen wir es gleich falten. Also ich traue mich sagen, ihr könnt es besser. Gleich falten. Und das ist der Buchweizen. Es kommt dann ins Rohr für 10 Minuten. Und dann wird es nachher hergerichtet. Aber das zeige ich euch nachher noch. So, und jetzt drei bis fünf Minuten ins Rohr, damit der Gammembert gut sie durchzieht. So, die drei Minuten sind vorbei, außer Kult unsere Crepe. Und ihr seht, es schaut richtig lecker aus. Was passt zum Käse dazu? Natürlich ein guter Preiselbeer. Da rinnt es auch schon ein bisschen aus. Schaut es, wie gut. Dann die frischen Kräuter. Also ein richtiger Gourmet-Küche am Pfeffer. Und jetzt kann man sie schmecken lassen. Und bitte, meine Lieben, macht es nach. Es wird nicht immer jede perfekt. Aber es wird euch wirklich gut schmecken. In diesem Sinne, einen wunderschönen Tag. Alles Liebe. Und schaut es einmal nach bei der Homepage oder im ATV. Wir haben ganz, ganz, ganz viele Videos. Andere für euch. Schaut es euch an. Einen schönen Tag. Bis bald. Euer Helga Kobalt.